Denn das Wissen, es ist nichts wert. Werft all das Wissen in die Feuerhaufen. Verbrennt das Wissen. Denn es steht dir im Weg zwischen dem, was ist und dem, was niemals so sein kann. Hochgeliebte Menschen, Meister, es ist eine hohe Zeit und es geht um dein Dranbleiben an deiner Wahrhaftigkeit. Es geht darum, nicht müde zu werden. Nicht müde zu werden von dir selbst. Da sagt ihr vielleicht, ach das ist doch etwas, ich weiß das schon seit so oder so lange. Und wir sagen, es ist gleichgültig, wie lange du etwas weißt. Denn das Wissen, es ist nichts wert. Werft all das Wissen in die Feuerhaufen. Verbrennt das Wissen. Denn es steht dir im Weg zwischen dem, was ist und dem, was niemals so sein kann. Verbrennt die Zeitungen und die Magazine. Lasst übrig einfach nur dieses, was euch nähert, was euch in den Spaß hinein katapultiert, was euch Freude macht, zum Lachen bringt. Alles andere, es sei dorthin gebracht, wo alles ist, was irrelevant ist für dieses Leben, in das Feuer. Das Feuer ist sogar die beste Art, dieses zu entsorgen, denn mindestens gibt es etwas Wärme, wenn schon sonst kein Nutzen daran sein kann. Verbrennt eure Konzepte. Denn dieses Konzept, an dem du festhältst, es hält dich fest. Es hält dich in dem Alten. Solange du sorgst, dass du nichts mehr hast, so du dieses loslässt, wirst du nichts mehr haben. Solange du sorgst, dass du in einer Welt, die zugrunde geht, nichts mehr weißt, so wie keiner etwas wissen kann, wirst du mit deinem übergroßen Ego kämpfen. Verbrennt das Wissen. Verbrenne das Wissen außerhalb von dir. Verbrenne die Bücher, die Filme, die Magazine und verbrenne das Wissen in dir. Es ist doch irrelevant. Kein Wissen ist absolut, denn die Erde ist in Veränderung. Wenn es gestern so war, dass ein Zucken an deiner Schulter bedeutete, dass du dich schuldig fühlst, dass du zu viel auf dich geladen hast. Nun, dann bedeutet es heute, dass du deine Flügel ausbreiten darfst. Nichts ist, wie es war. Alles ist neu. In jeder Sekunde deines Seins so verbrenne alles, was du hast. Und wisse, so du da forschst, in den Tiefen der geschriebenen Worte, triffst du nur auf die Wahrheit der Zerstörung, welche eine Lüge in der Liebe ist. Also, wisse, das Forschen, es ist dafür da, um dich zu unterhalten. Zu lachen über die Lüge. Zu lachen über die Zerstörung. Denn erst wenn du dich darüber amüsieren kannst, hast du deine Hausaufgaben gemacht, hast du deine Resonanzen gelöst. Erst wenn alles leer ist, in dir und in deinem Hause, kannst du die Fülle wahrnehmen. Ob sich dann wieder etwas füllt, nun, wer weiß das schon. Das Leben ist Veränderung. Alles, welches du festhältst, hält dich fest. Willst du dieses? Willst du, dass du festgehalten wirst von einem Schrank? Willst du, dass du festgehalten wirst von einem Wissen? Das willst du nicht. Du wunderst dich, warum dieses oder jenes körperlich nicht von dir gehen kann. Lasse los. Lasse alles los. Binde dich auch nicht an dieses, was du gestern erfahren oder erkannt hast. Öffne dich dafür, dass die Erkenntnis des Tages offen ist für die Erkenntnis diesen Tages. Alles ist in Veränderung auf dieser Erde. Alles ist im Flow. So gönne du dir deinen Flow. Es ist dieses, was wir meinen, wenn wir sagen, spring du in das Spiel des Lebens. Nichts ist wahr, was gestern wahr war. Alles ist wahr, was heute wahr ist, muss in einem Augenblick nicht mehr da sein. Und du wirst sehen, es kann alles, wie ihr da so sagt, beim Alten bleiben. Oder es kann alles sich verändern. in diesem Moment, in dem du in dir frei bist, die Resonanzen gelöst hast, ist es für dich gleichgültig, ist es gleichgültig, ist es nicht mehr vorhanden. Denn dort, wo du den Fokus hinwendest, ist der Blick deines Lebens ist dein Leben ist die Welt. Ihr kämpft um dieses oder um jenes. Ihr habt Angst, nichts zu wissen. So ist die Erkenntnis, dass du nichts weißt, eine gute Basis für alles. Denn wahrhaftig ist es so, du weißt nichts. Du wirst nie etwas wissen. Denn es geht nicht darum, etwas zu wissen. Wissen ist etwas, was du in einen Stein meißelst, auf das es immer so wäre. Doch die Krankheit, die vor 100 Jahren den halben Stamm ausgerottet hat, ist in dem heutigen Moment keine Krankheit mehr. Was willst du also wissen? Worum geht es in deinem Leben? Du darfst sein, das ist alles, was es ist. Wisse nicht, sei. Das Leben, es fließt. Und der Fluss ist ein Strom. Schnell fließt es. Denn schnell wollt ihr nun aus der Zerstörung in das Spiel des Lebens. Mach dich also frei. Lasse alles los. Und so sagst du, ach, das ist nicht so leicht, das Wissen ist ja in mir gespeichert. Nun, in dir ist auch die Zerstörung gespeichert. In dir ist auch die Tendenz zu deinen Krankheiten gespeichert. In dir ist gespeichert, dass du nicht weitergehen kannst. In dir ist gespeichert, dass du nicht gut bist, nicht richtig und in Unsicherheit. Du selbst hast es dorthin gespeichert. ist es so, dass du einen Computer, den du selbst befüllt hast mit den Daten und Dateien, dessen Programm du selbst geschrieben hast, du ihn nicht über ein vollständiges Reboot auf Anfang zurücksetzen kannst. Ist dieses so? Oder ist es nicht eher so, dass du es nicht willst, weil du glaubst, es ist mühevoll? Weil du glaubst, du verlierst etwas, was du noch hättest gebrauchen können? Gestehe es dir zu, denn dieses Gebrauchen Können weist auf dein Kleinsein hin, auf die Zerstörung, die da in dir arbeitet. Was brauchst du, da du alles bist? Da du in dieser Sekunde erschaffen kannst, was dich nährt. Was brauchst du wahrhaftig? Du brauchst nichts. Lasse also los all jenes, was du da vermeintlich brauchst. Du bist alles und hast alles und du bist einen weiten Weg gegangen. Also lasse los. Lasse dich los. geh deinen Weg und dreh dich nicht um. Verbrenne das Wissen. Löse all jenes, was dich heute noch umgibt. Du brauchst es nicht. es ist allerhöchstens dafür da, dich zum Lachen zu bringen über die Zerstörung, die du gelebt hast. so es diesen Effekt noch nicht hat, lasse los. Wirf es weg und nähere dich an der Wärme der Energie, die frei wird. Nähere dich an den hohen Frequenzen der Sicherheit, dem Ganzsein, welches freigesetzt ist und dich nährt. Hab Dank. Wir lieben dich so sehr. Hab Dank. Amen. Amen. Namaste.